Hallo und herzlich Willkommen! Das nun folgende Video ist Teil unserer Videoreihe Erste Schritte mit JTL-Wawi. In dieser Videoreihe bauen wir schrittweise und beispielhaft mit Ihnen zusammen einen Online-Handel auf, den Sportbedarf Sommer. Stellen Sie sich also vor, Sie würden einen Online-Shop für Sportbekleidung und Sportzubehör führen. In diesem Video werden wir in unserer neu installierten JTL-Wawi ein paar Kategorien und einen Artikel anlegen. Diesen Artikel werden wir uns dann näher anschauen und grundlegende Eigenschaften wie Beschreibung und Bilder festlegen. Kategorien anlegen Jeder Artikel in JTL-Wawi ist mindestens einer Kategorie zugewiesen, daher müssen wir auch eine anlegen. Wir legen als erstes die Kategorie Mannschaftssport an. Dann legen wir unsere erste Unterkategorie an, Zubehör. Eine Kategorie in JTL-Wawi kann beliebig viele Unterkategorien haben. Diese Art der Verschachtelung können wir zwar unendlich weit treiben, aber da die hier gepflegte Kategoriestruktur auch zu angeschlossenen Online-Shops gesendet wird, empfehlen wir, nicht tiefer als zwei Schichten zu gehen. Artikel anlegen Innerhalb der Kategorie Zubehör legen wir jetzt unseren ersten Artikel an. Und zwar einen Fußball. JTL-Wawi vergibt automatisch die nächste freie Artikelnummer. Der Aufbau der Artikelnummern kann in der Wawi frei gewählt werden. Artikelnummern sind in JTL-Wawi übrigens eindeutig. Jede Artikelnummer ist einzigartig an einen Artikel vergeben. Der Name ist die einzige Pflichtangabe, die wir als Anwender selbst treffen müssen. Der Hersteller ist eine optionale Angabe. Wir können entweder über das Menü Artikel oder direkt in den Artikeldetails neue Hersteller einpflegen. Da wir JTL-Wawi neu installiert haben, sind noch keine Hersteller angelegt. Auch beim Hersteller ist der Name die einzige Pflichtangabe. Wenn wir den Hersteller angelegt haben, ist er automatisch dem Artikel zugewiesen. Die Artikelnummer, der Artikelname und die Kategorie sind die Mindestangaben. Diese Daten müssen bei jedem Artikel immer vergeben werden. Der Hersteller ist eine optionale Angabe. Wir hätten ihn also nicht unbedingt vergeben müssen. Unser Fußball kostet 29,99 €. Daher tragen wir den Preis in das Feld VK Brutto ein. Je nachdem, ob wir den Netto- oder den Bruttoverkaufspreis eintragen, wird der entsprechend andere Preis automatisch von JTL-Wawi anhand der Steuereinstellungen berechnet. Wir wollen aber noch etwas weiter gehen. Alle Daten, die wir ab jetzt einpflegen, sind rein optional. Wir möchten außerdem mit Lagerbeständen arbeiten. Daher aktivieren wir unten die entsprechende Checkbox. Wenn wir den Artikel jetzt speichern, öffnet sich der freie Wareneingang. Der freie Wareneingang öffnet sich nur, wenn ein Artikel mit Lagerbestand arbeitet und auch nur nach dem ersten Speichern, wenn die Option gesetzt wurde. Im freien Wareneingang können beliebig viele Artikel in ein gewünschtes Lager eingebucht werden. Wir tragen oben die Menge ein und wählen, in welches Lager wir einbuchen möchten. Dann klicken wir auf Übernehmen. Hier können wir nochmal kontrollieren, welche Buchungen getätigt werden. Wir übernehmen die Auswahl und klicken auf Buchen, um den Wareneingang abzuschließen. Artikeldaten einpflegen Übrigens, alle Warenbewegungen werden von JTL-Wawi gelockt und wenn wir die Artikeldetails nochmal öffnen und hier auf Artikelhistorie klicken, können wir genau einsehen, wann wer welche Warenbewegungen gebucht hat. Wir möchten aber noch ein paar weitere Daten in unseren Fußball einpflegen. Wir wechseln in den Reiter Beschreibung. Hier werden alle Beschreibungstexte, die zu unserem Fußball gehören, eingepflegt. Je nachdem, wie viele Verkaufsplattformen wir an JTL-Wawi angeschlossen haben, stehen uns hier verschiedene Plattformen zur Verfügung. Im Moment können wir zwischen Global und Drucktexten unterscheiden. Wir wählen Global aus. Im oberen Bereich können wir eine Kurzbeschreibung hinterlegen. Ob eine Kurzbeschreibung z.B. später im Onlineshop angezeigt wird, ist eine optionale, vom Template abhängige Einstellung. Im unteren Bereich können wir die normale Beschreibung bearbeiten, die standardmäßig später im Shop oder z.B. auf Ebay verwendet werden könnte. JTL-Wawi kommt mit einem integrierten HTML-Editor, mit dem Sie Ihre Artikelbeschreibung direkt weboptimiert aufbereiten können. Als nächstes wechseln wir in den Reiter Bilder. Jeder Artikel kann beliebig viele Bilder haben. Die Bilder können einfach per Drag-and-Drop reingezogen werden. Wir können für jedes Bild bestimmen, für welche Verkaufskanäle es benutzt werden soll. So können wir z.B. unterschiedliche Bilder für Ebay und Onlineshop verwenden. Das geht natürlich erst dann, wenn wir die entsprechenden Verkaufskanäle auch an JTL-Wawi angeschlossen haben. Wir können auch Bilder dem Artikel zuweisen, die nicht lokal auf unserer Festplatte liegen. Dafür klicken wir auf Hinzufügen aus anderen Quellen und hier können wir dann z.B. eine Internetadresse eintragen. Ob die Bilder zu unserem Artikel passen, müssen wir natürlich selber sicherstellen. Dieser Handball passt nicht zu unserem Fußball und wir können ihn ganz einfach wieder rauslöschen. Dies waren die ersten Schritte in der Artikelverwaltung von JTL-Wawi. Wie Sie Artikel mit Variationen verwalten oder Ihre Artikel zum Onlineshop schicken, erfahren Sie in diesen zwei Videos oder unserer Online-Dokumentation. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Conservatoire Vielen Dank.